Im Namen von Volkswegwerk Sinkreis und unsere Wirtin die Schlemmerstube Gavi und wir, die Ungländer, begrüßen Sie auf das Herzliste. Besonders begrüßen möchte ich unseren Anton, er wird uns wieder durchs Programm führen heute Nachmittag. Und er hat immer so ein Bildschichtelwitt und er wird in jedem Ansagen, wer dran kommt, aber ich habe sie benommen auch. Also ihr wisst ja ungefähr, wann ihr dran kommt. Und ja, wir haben so viele Zuhörer heute, wir haben sehr viele Musikanten und Musikantinnen heute da, die möchte ich ganz besonders begrüßen und so viele Gäste, die was zuhören und vielleicht mitsingen und immer betanzen. Ich glaube, ich habe mir heute ein bisschen ein Problem, weil wir fast am Platz haben, gell? Also da, wenn Sie ein paar Tage, müssen Sie halt euch abwechseln, das geht halt weiter, nicht andersrum. Aber aus Jagerberg ist eine ganze Gruppe da, die mich ganz besonders begrüßen. Es ist wirklich toll, dass ihr kleinen seid. Danke. Und dass der Obersteller bis über der Mille Mantl da mit ihren Kindern wieder, das freut uns ganz besonders. Aus Berlin, aus Völkboch, aus Fürstenvölk, aus Singular Kirchen, ich begrüße euch alle Gauz, da nur Gauz, danke. Ja, wo? Aus Weiz. Ich begrüße euch auf das Herzlichste und wir freuen uns auf die schöne Musik und Gesang und auf diesen schönen guten Nachmittag. Danke, recht herzlich. Applaus Ich bin jetzt bei der Mille Mantl da mit den Hauss und da mit den Hauss. Und auf ihn kann auch das Singen, denn die Mille Mantl da mit den Hauss. Ruf der Zuhörer, ruf der Zuhörer, schönste Sonnenzeit beginnt. Seid die Leid, die Wetterstunden, glaubt an ihr und werdet an dich. Seid die Leid, die Wetterstunden, glaubt an ihr und werdet an dich. Deine Klocken, deine Klocken, deine Schau zur guten Sonne, Lass die Leid, die Leid, der Brot, und das Herz am Morgen noch. Lass die Leid, die Leid, der Brot, und das Herz am Morgen noch. Lass die Leid, die Leid, der Brot, und das Herz am Morgen noch. Lass die Leid, die Leid, der Brot, und das Herz am Morgen noch. Lass die Leid, der Brot, und das Herz am Morgen noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018